ProSieben präsentiert, deutsches Kino. Nichts wie raus aus der Alltagsmühle und hinein ins fröhliche Berufsleben. Ich such mir einen Job. Ein Anfang ist schnell gemacht. TopTV will mich für eine Fernsehshow testen. Doch wer dem eigenen Ehemann Konkurrenz machen will, darf sich auf einen steinigen Weg gefasst machen. Krieg ins Aufweg, krieg ins Aufweg! Oh, das tut mir leid, jetzt hab ich das schon wieder verpatzt. Eine turbulente Komödie mit Marita Marschall und Henry Hübchen. Die Weltpremiere. Liebling, vergiss die Socken nicht. Morgen 20.15 Uhr. ProSieben. Gute Unterhaltung.